Ich bin 14. Ich bin 14. Oh, die Scheiße. Das ist ja so. Hoffentlich wird der Göst hier die Machos. Die Flügel ist in der Nähe des Flügel. Wir fahren jetzt am besten fahren wir jetzt. Das ist so gut. Der Schiff ist an den Fernandberg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und S1. Und S1. Und mit der S1 fahren wir nicht. Das haben wir ja gestern gefahren. Und jetzt auch zusammen, aber noch nicht gefahren. ... ... ... ... Die S8 fährt über den Ostbahn auf. Der Wilmut fährt einmal mit der S8. 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 Das Wilmut fährt einmal mit der S8. Stuttgart? Wo steigen wir aus? Wo steigen wir aus? Wo? Wenn wir fahren bis hierziehen. Bis hier stehen. Und dann fahren wir zurück. Dann fahren wir wieder zurück. Dauert es eine Stunde, oder? Ich weiß nicht. Aber die Wüste ist beim Fall. Dann schauen wir mal in den Straßenbahn oder so. Aber gut, wenn es nicht lang dauert. Nächster Halt. München Flughafen Terminal. Dieser Zug endet doch. Fahrgäste bitte einmal aufsteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit TV-Region. Auf Wiedersehen. Bitte beachten Sie. Dieser Zug fährt nach einem hohen Weg. Aufenthalt weiter in die Abstellung. Wir bitten Sie auszusteigen. Vielen Dank. Bitte halten Sie beim Ausstieg auf den Überschied zu schützen. Die Bahnsteigkante. Oh, gut. Jetzt schauen wir mal in den Zug hin. Was ist das? Was weiß ich nicht? Jeden, in den Augen der Bühne. Das ist das, was sie empfiehlt. Das ist das? Der dritte. Die wäre da unten. Aber, das wäre schon ein bisschen... Nein! Das wäre schon. Die haben uns jetzt das. Die Airpods. Die Airpods. Hm. Dann fehlt das nicht.